Leute, wir müssen heute das Weihnachtsfest retten, denn das grüne Biest, der sogenannte Grinch, wird uns das Weihnachtsfest versuchen zu versauen in unserer Stadt, indem es uns alle Geschenke klaut. Werden wir es schaffen, den Grinch aufzuhalten? Das erwartet ihr in diesem Video. Lasst unbedingt einen Daumen nach oben da und ich wünsche euch frohe Weihnachten. Wir sehen uns. Es ist Weihnachten, Leute, in Chainville, in dieser wunderschönen Stadt. Und niemand wird uns wahrscheinlich das Weihnachtsfest versauen. Und schaut euch an, wie wunderschön das hier einfach aussieht. Oh, Leute, guckt mal, wie klein wir sind, wie süß das einfach aussieht. Wir müssen den Baum erstmal dekorieren. Schnappen wir uns auf jeden Fall die Dekoration vom Haufen und platzieren sie auf den Baum. Let's go! 60 Sekunden Zeit haben wir, den ganzen Baum zu schmücken. Also, Leute, ihr wisst, was zu tun ist. Wir müssen den gesamten Baum schmücken. Ey, so, zack, meine weiße Kugel habe ich hierhin platziert. Ah, so, jetzt gehe ich am besten ganz nach oben auf den Baum. Ich will die schwerst zu platzierende Kugel direkt platzieren. Und zwar ganz nach oben, Leute. Ganz oben auf den Baum. Oh, und ich habe es hingekriegt, Leute. Let's go! Oh mein Gott, noch 15 Sekunden, Leute. Schaffen wir das, den Baum zu schmücken? 11 Sekunden, das ist doch nicht alles, Leute. Ich meine, der Baum sieht schon ganz gut aus, aber da fehlt noch etwas. Vielleicht mit der Magie der Likes können wir den ganzen Baum auf einmal schmücken. Alles erledigt, danke für die Hilfe. Okay, scheint vorher so gut geklappt zu haben. Er ist zufrieden. Ihr wisst aber schon, dass gleich irgendwas passieren wird. Der Grinch wird uns das gesamte Weihnachtsfest versauen. Oh, 3, 2, 1 und Licht an! Oh, und noch der Stern. Ja, das sieht echt schön aus, Leute. Ah, und jetzt, weil wir im Weihnachtsgeist sind, ist es Zeit für unsere heiße Schokoladen-Party. Oh, okay. Das heißt, jetzt gibt es heiße Schokolade in diesem Haus. Und da entspannen wir uns erst mal. Es ist Partyzeit. Lass uns etwas Heißschokolade und Kuchen genießen. Das wird das beste Weihnachten aller Zeiten. Oh, okay. Dann genießen wir mal die Kuh. Cola. Ich meine nicht Cola. Wo ist die heiße Schokolade? Hey, ich kam nicht mal dazu, die zu trinken. Auf der anderen Seite des Dorfes, auf einem Berg, lebt der Grinch. Mr. Grinch. Ich hasse diese Zeit des Jahres. Jeder ist so glücklich. Aber nein, nicht dieses Jahr. Ich werde sie nicht feiern lassen. Ich werde Weihnachten stehen. Mwahaha. Ah, Leute. Kann ich jetzt endlich mal meine warme Schokolade genießen? So, ich setze mich einfach drauf auf die Weihnachtstorte und auf den Trudan. Und wow, was ist das, Leute? Das sieht eigentlich ziemlich lecker aus. Ich habe zwei Schlitten. Welche Farbe wollen wir? Rot oder grün? Leute, ich glaube, ihr müsst alle mal kurz einen Kommentar da lassen. Rot oder grün? Komm, schreibt es in die Kommentare. Welche Farbe, Leute? Oh mein Gott, ich habe mich nicht entschieden. Rot oder grün? Oh, okay. Leute, kann ich mal ein bisschen entspannen? Ich meine, was für Schlittenfarbe haben wir denn jetzt? Ich will ganz nach vorne. Yo, wir werden jetzt den Riesenberg runterfahren. Okay, let's go. Hier sind wir. Oh. Okay, warte mal. Das Ding wird doch springen. Was? Wo sind wir hier? Hey, der Typ hat seinen heißen Kaffee. Ich will auch. Warte mal. Hier steht was. Halte dich fern. Nur Grinch. Geh mal davon aus, dass man nur als Grinch dorthin gehen darf, oder? Ah, okay. Also gehe ich von aus, dass da drinnen wir nicht nur rein dürfen, sondern, also wir nicht rein dürfen, sondern da auch der Grinch sein muss. Lass uns hochgehen, oder? Komm, lass uns die Ersten sein. Auf geht's in die Höhle des Grinch. Da wären wir, Leute. Oh. Was ist das? Oh, ein Obby. Wir haben eine Obby, Leute. Was ist das für ein knackendes Geräusch? Oh, der Boden füllt sich auf. Oh, nein. Nicht gut. Okay, Beeilung, Beeilung. Ey, ich hab die heiße Schokolade. Ich trinke sie mal. Ich hab die heiße Schokolade. Ich bin gerade erster, Leute, in der Obby. Ich bin momentan der Erstplatzierte. Niemand kann mir den Sieg nehmen. Nein. Ich wollte zu schnell sein. Ich hab immer noch 40 Sekunden Zeit. Okay, 10 Sekunden. Oh. Ja. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Und ja, darauf erst mal ein Schlückchen von meiner heißen Schokolade. Ah, okay. Also, Leute. Das war doch ziemlich entspannt. Warum bin ich eigentlich hier allein? Wo sind meine Freunde? Lasst uns leise hineingehen. Na gut. Kette. Dein Name heißt einfach Kette. Dann gehen wir rein. Das ist die Höhle vom Grinch. Hier lebt er, Leute. Hier lebt der Grinch. Hier sind Kugeln. Hier ist der Teppich. Wahrscheinlich ist das hier sein Riesenfernseher mit Projektor. Ich setz mich mal auf den Stuhl vom Grinch. Was hört der da? Steps? Ähm. Oh mein Gott. Ich muss mich verstecken. Ich muss mich verstecken. 10 Sekunden. Los. Rein, da 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 rein, da. Oh Gott. Okay, ich bin im Schrank. Ich bin im Schrank. Erst mal eine heiße Schokolade trinken. Okay. Warum bin ich hier alleine? Leute? Ich glaub, da kommt jemand. Ah, es ist er. Da ist der Grinch. Pssst. Leute, ihr müsst ganz leise sein. Pssst. Der Grinch kann sehr gefährlich sein. Es ist Zeit, meinen Plan zu machen. Hier bin ich nun. Sie haben heiße Schokoladeparty und ich bekomme nicht mal eine Einladung. Also, während sie heute schlafen, werde ich mich als Weihnachtsmann verkleiden. Und alle werden traurig sein, wenn sie aufwachen und sie sehen, dass sie all ihre Geschenke verloren haben. Pssst. 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 Wer ist in meinem Kleiderschrank? Pssst. 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 Oh, nein, nein, nein. Alter, komm, 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 komm. Nein, nein, nein. Oh, okay. Leute, wie soll ich das überleben? Soll ich mal auf die Rübe hauen? Oh, mein Gott. Oh, ihr seid zu schnell für mich. Ich, ich mache einen Deal mit euch. Oh, ja, Mr. Grinch. Wenn ihr mir verspricht, dass ihr es niemandem erzählt von meinem Plan, dann lasse ich euch gehen. Okay, natürlich, Mr. Grinch. Wir haben nichts gehört, wir hauen einfach ab. Okay, das war weird. Wir hätten nicht in die Höhle gehen sollen. Oh, Alter, was ist gerade passiert? Ah, oh, Leute, ich kann mich jetzt hinlegen. Wo ist eine lila, eine grüne Decke? Komm, nehmen wir die. Ich lege mich hin. Und ich trinke dabei meine heiße Schokolade. Obwohl sie eigentlich da rausfließen müsste. Also, naja, aber immerhin sind da leckere Marshmallows drin. Okay, und wir werden jetzt an einer Falle arbeiten, wie wir dem Grinch seinen Plan vereiteln können. Er hat ja nur gesagt, wir dürfen es niemandem weitererzählen, aber wir dürfen ja selbst was dagegen machen. Okay, die Fallentür ist bereits dort platziert. Das Netz hält ihn fest. Wenn er da reinspringt, dann ist er auf jeden Fall da. Leute, wie happy ich einfach raussehe mit meiner heißen Schokolade. Ja, Mann, das ist so cool. Und hier sind auch ein paar Geschenke. Oh, mein Gott, ich habe mich versteckt. Ich bin in dem Weihnachtsbaum einfach versteckt. Was müssen wir machen? Geh ins Bett. Hey, ich war doch gerade im Bett. Na gut, dann lege ich mich eben nochmal rein. Aber ich bin hier ganz allein. Was ist mit meinen ganzen Leuten passiert, die mit mir in dieser Lobby drin waren? Die sind aus irgendeinem Grund weg. Oh, was ist das? Oh, stimmt, der Grinch kommt ja vorbei. Ey, das ist der Weihnachtsmann. Oh, es ist nicht der Weihnachtsmann. Es ist der Weihnachtsmann. Okay, da ist der Grinch, Leute. Jetzt läuft er in die Falle rein. Yo, wir haben dich. Grinchy Minchy. Ah, wir haben dich. Ja, was sagst du dazu? Was macht ihr, Kinder? Das ist nicht das, was du tust, um auf der netten Liste zu landen. Oh, Weihnachtsmann, es tut uns leid. Wir wollten dich nur treffen. Weißt du, wir wollten dich einfangen, damit wir mit dir reden können. Ihr holt mich hier besser raus und geht schlafen. Okay, Weihnachtsmann, wir gehen jetzt zurück ins Bett. Tschüssi. Der ist einfach in dieser Falle drinnen. Und er kann rein gar nichts machen. Die Kinder haben einen großen Fehler gemacht. Was habe ich denn falsch gemacht? Ah, dumme Kinder. Sie sind drauf reingefallen. Dachten Sie, sie können mich aufhalten? Und der Grinch schallt alle ihre Geschenke. Nein, meine Weihnachtsgeschenke. Hey, was ist das für ein Emoji? Nein, Leute, wir müssen den Grinch aufhalten. Er hat uns unsere Geschenke geklaut. Aber er hat meine heiße Schokolade immerhin nicht. Sie sind alle weg. Leute, die ganzen Geschenke sind weg. Ich stecke jetzt. Oh nein, ich stecke im Baum fest. Oh nein. Oh nein. Hey, Leute, ich habe ein Problem. Ich bin das Weihnachtsgeschenk. Oh Gott, da liegen sie. Was machen wir, Kette? Bruder, Kette. Da ist eine Spur von Geschenken. Oh, die führt in die Höhle rein. Ah, es geht dort hinein. Lass mich mal eben meine heiße Schokolade kurz trinken. Ah, mh. Oh, Leute, ich habe aber auch so richtig Hunger, wisst ihr? Richtig Hunger habe ich aber. Aber anders Hunger habe ich momentan. Lecker Schmecker. Oh, diese Kette scheint sehr lang zu sein. Genauso wie die Kette, die der Name mit der Kette trägt. Oh nein. Das wird jetzt schwierig. Wir müssen da jetzt über das Eis drüber laufen. Das wird nicht so leicht. Bloß nicht runterfallen wie letztes Mal. Wenn das jetzt passiert, dann verliere ich ein Leben. Und dann muss ich Robux bezahlen. Leute, habt ihr schon ein Like da gelassen? Lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, Freunde. Damit die Grinch nicht nach Hause zu euch kommt, um euch die Weihnachtsgeschenke zu stehlen. Ehrenwort. Wenn ihr ein Like da lasst, seid ihr 100% geschützt. So könnt ihr das machen. Also, let's go. Lass uns reingehen in den Bunker. Oh, wo sind wir denn? Es ist der Schlitten des echten Weihnachtsmanns. Ähm. Was ist das für eine Musik? Warum höre ich hier Glasgeräusche? Was ist das hier? Die ganzen Geschenke. Das sind meine. Und die von dem Weihnachtsmann. Und die ganzen anderen Kinder aus Chain Will. Ihr Kinder seid hier nicht erlaubt. Das heißt nicht eingeben. Was heißt eingeben? Äh. Du hast alle unsere Geschenke gestohlen. Und du bist groß geworden. Und wir glauben nicht, dass du der echte Center bist. Weil du bist grün. Äh. Ich bin kein Weihnachtsmann. Ich bin der Grinch. Tada. Und ich werde dir deine Geschenke nicht zurückgeben. Es sei denn, du gehst durch mich durch. Okay. Dann machen wir das. Let's go. Okay. Besiege den Boss. Wie soll man das machen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er nimmt mir Damage. Alter. Wie soll man denn den Damage machen? Oh, der Boden ist Lava. Oh mein Gott. Ich bin ganz allein, Leute. Das ist ja ultra schwer. Das ist ja ultra schwer. So, jetzt. Jetzt haben wir Chance, ihn anzugreifen. Bam. 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 Alter. Das ist doch nicht machbar. Leute. Ich bin alleine. Ich kann mich nicht bewegen. Scam. Unfair. Unfair. Okay. Ich glaube, ich check das, wie man das machen kann, Leute. Aber es ist so ultra schwer. Wie soll ich denn allein? Okay. Fünf Hits. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Jetzt gehen wir wieder zurück, Leute. Weil die Zone kommt jetzt. Oh mein Gott. Okay. Das ist gut. Das hat funktioniert. Das hat funktioniert. So. Jetzt machen wir das so, Leute. Wir machen hier jetzt gleich acht Hits. Danach acht Mal draufschlagen. Taktik. Musik hört auf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und jetzt raus. Jetzt wieder raus da, Leute. Wir müssen mehr Power. More Likes. Mehr Abos. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Okay. Das war sehr guter Damage. Jetzt müssen wir weitermachen. Genau wie bisher, Leute. Genau wie bisher. Der taktische Hase ist das, Leute. Da ist der Riesengrinch. Und er tut immer noch so, als wäre der Weihnachtsmann. Aber bald besiegen wir dich, Kollege. Bald besiege ich dich. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Dreizehn Mal. Dreizehn Mal getroffen. Bevor die Zone sich gelockert hat. Und die Musik geht übertrieben ab, Leute. Jetzt finishen wir ihn. Jetzt ist es sein Ende, Leute. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Wir haben ihn besiegt. Nein. Wir haben den Grinch davon abgehalten, Weihnachten zu ruinieren. Lasst uns die Geschenke jetzt mal zurückbringen nach Chainville. Und wir werden Weihnachten in Ruhe genießen. Ah, endlich kehrt ein bisschen Ruhe ein. Wo warst du eigentlich, Kette? Wo warst du? Du hast mir gar nicht geholfen. Weißt du, wir, wir haben nicht Weihnachten gerettet. Ich habe Weihnachten gerettet. Ja, ich habe es getan. Und jetzt feiern ich alleine Weihnachten. Das klingt ja traurig, aber nein, ich feiere nicht alleine Weihnachten. Ah, wir können jetzt endlich in Chainville wieder normale Weihnachten feiern. Weihnachten ist nicht nur über Geschenke und so. Es geht darum, mit Freunden zusammenzukommen. Ja, das schätzt man halt erst, wenn man ein bisschen älter wird, wert. Aber Leute, Geschenke sind trotzdem nice. Und ohne Geschenke ist auch kein Weihnachten. Ah, warte. Also hat er den Grinch jetzt eingeladen? Soll er einladen oder nicht? Ja. Ich bringe ihm sogar ein Geschenk. Oh, okay. Ich lade den Grinch ein. Das ist die richtige Sache. Komm. Leute, man muss manchmal auch mal das Kriegsball begraben. Habe ich noch nie in meinem Leben in diesem Satz gesagt. Aber wir werden jetzt einfach unseren Feind einladen. Den armen Grinch. Und da ist er, Leute. Nein, da ist der Weihnachtsmann. Ihr Kinder wart sehr, sehr artig, dass ihr den Grinch mitgebracht habt, um Weihnachten zu feiern. Auch wenn er schlechte Dinge getan hat, jeder verdient eine zweite Chance. Das ist einfach der Roblox-Weihnachtsmann. Wegen eurer Güte kommt ihr alle auf die Nettenliste. Leute, was wird jetzt das Geschenk sein? Wir machen es auf und kommen. Es muss was richtig crazy Gutes sein. Und was ist es denn? Dreckspiel! Wo ist mein Geschenk? Ich wollte ein Geschenk haben. Und jetzt öffnet ihr und ihr sagt nicht, was drin ist. Leute, wenn ihr wollt, dass wir endlich mal ein Video machen, wo wir mal Geschenke öffnen, dann lasst den Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Santa Claus. Warum hat der abgebrochen? Ich wollte wissen, was drin ist. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Eides auf Ciao und rein!